Das war's für heute. diese explosion hier geht es nicht weiter warum ich hier rüber gesprungen schaffen wir das hier rüber geschafft ich bin richtig ruhig ruhig oh gott warum gibt es denn nur diesen 1 1 ja ich habe jetzt die dynamit träumchen hallo jetzt muss ich den ganzen weg wieder zurück und noch in abstell kann man kurz gucken gehen da komme ich natürlich nicht rein das ist ja natürlich klar so was macht die ratte hier als ob die mich fokust ich bin ich bin ich bin gebackt ja jetzt die haut mir natürlich direkt ins gesicht also klar logisch kleine dreckige ratte muss wo weiß ich hier muss ich lang ich hab mir den weg ich hab mir den weg nicht gemeldet das hört sich an wie ein gesang wie weiß ich nicht oh gott die augen ich muss natürlich hier lang lasst mich in ruhe du dreckiges kleines lustig seid doch leise ihr kleinen aber wir haben es gleich geschafft wir haben es gleich habe ich noch platz natürlich nicht ich weiß jetzt nicht sollte ich die gras und gas die gras genau die gas granate sollte ich einfach werfen weil da vorne haben wir nämlich noch ein benzinfass uns geht schon wieder nicht so gut alles cool alles alles gar nix cool ich bin weg ist gar nix cool auf wiedersehen ich meine natürlich haben wir souverän gelöst wir sind ja hier pro players was erfordert einen zünder jetzt sagt mir bitte nicht dass da auch noch ein zünder war muss ich da jetzt wieder zurück um den zünder zu holen euer ernst jetzt ey ok komm wir gehen wir gehen einfach gucken weil ich glaube einen zünder hatten wir ja hier vorne gehabt wir gehen wir gehen also wir gehen noch nicht gleich gucken weil wir müssen uns noch heilen was wir nicht können weil wir nicht genug dinge haben das gut 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 dass wir uns nicht heilen können ja hier haben wir hier hinzünder ne also müsst ihr ja normalerweise sollte das funktio nucke ja 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 wollo so jetzt heißt es kaboom ich komm an und das erste was ich sehe ist einfach so weiter bei dir ja erst mal hallo 257 ich brauche irgendetwas womit ich was ist denn wo finde ich das denn jetzt bitte gibt es habe ich so wir haben hier noch den hinweis ich habe schon seit stunden keinen andere menschen mehr gesehen vielleicht bin ich der letzte für den fall dass da sonst noch jemand ist hinterlasse ich diese notiz wenn du das liest schweine keine zeit dies ist der einzige ausgang der einzige ausweg aus dieser von uns selbst geschaffenen er wurde mittels explosion zum einschluss gebracht nun muss aufgesprengt werden ja ja das haben wir schon wer schweine keine zeit mit graben das führt nichts zu nichts du musst springen ja haben wir haben das dynamit befindet sich in der verriegelten waffeklammer ja der zünder liegt irgendwo unten in der römischen tunnel ich muss in die tonne tiefer in der höhle ich mache mich jetzt auf den weg und ja moin warum 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 versteckt man das eine da und das andere dort und jetzt muss ich wieder da hinten in richtung und diese drecks kleine ratten meli wo sind deine hunde meli ich brauchte eine hunde hier zur rattenbekämpfung so wir gucken kurz auf die uhr ein benzinkanister werden wir jetzt noch rein füllen danach werden wir speichern und dann schauen wir weiter so speichern für alle die heute frisch und neu dabei sind wir müssen halt speicher müssen wir licht aus licht an machen so erst dann speichern lasst mich in ruhe du dreckige kleine missratte okay 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 so wie also wie komme ich denn jetzt da auch in die tunne rein also wir wissen hier vorne sind die tunne aber das ist doch auch weggesprengt also how weil two tunnels so munition habe ich keine mehr um dass ich da irgend hab ich noch eine granate ne ist zumindest nicht dabei scheiße das heißt ich muss irgendwo eine granate herkriegen jetzt laufen diese dreckigen kleinen ratten hier rum ey so lass uns mal kurz hier das aufladen und dann gehen wir mal auf die suche nach granate hier haben wir eine flasche molly würde uns ja nichts bringen haben wir vielleicht auch noch irgendwo heilung so ne 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 ja boah ja jetzt greift die mich auch noch zu zweit hier an oder was diese kleinen mistviecher hier lasst es euch eine warnung sein so endet ihr wenn ihr hier weitermacht Freunde gar nicht unangenehm ist ja völlig entspannt hier ich will hier nicht irgendwo was mit granaten irgendeine kleinigkeit kann ich dich hier mitnehmen ne natürlich nicht ich hab aber auch kein bolzenschneidegerät oder sowas hier ist auch nichts weiter oh ich brauche irgendwas explosives oder munitionsartiges haben wir hier noch was drinne nicht ok chat habt ihr was gesehen habe ich was übersehen also vielleicht war das noch eine granate in der bank ja das hatte ich aber da wollte ich jetzt nicht zurücklaufen ich dachte hier vorne finde ich auch noch irgendwo was was nettes irgendwie so in den in den schränken hier wer hier Warum sind jetzt die Ratten so aggressiv? Meine Fresse, ey, mein... Okay, wir gehen doch wieder zurück zur Bank. Wir, wir, wir machen einfach den Vorschlag von dem Junge. Und holen uns da einfach jetzt die Granate raus. Hm... Wollen wir dann noch auf der Uhr? Ja, das reicht noch. Okay, cool, cool. Dann nehmen wir jetzt die Granate. Und sprengen uns jetzt da in den Tunnel rein. Ich spiele keine, weiß ich nicht, ich spiele gerade mal, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten maximal und bin jetzt schon komplett fertig mit den Nerven. So. Na dann, lass uns mal... Also ich hoffe, das funktioniert mit dem Aufsprengen, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Ich habe jetzt gar keinen Schimmer, ob das jetzt hinhaut oder nicht. Schmeißen jetzt hier die Granate hin und überlegen uns... Was ist das? Ja... Ich würde sagen, das hat mal so gar nicht hingehauen. Das ist schlecht. Was mache ich denn jetzt? Weil... Ich habe nichts mehr. Kann ich hier durchgreifen? Ne, schade. Fuck. Was mache ich denn nun? Ich habe ja keine Munition. Ich habe kein... Ich habe ja gar nichts. Hätte ich... Hätte ich das Ding da vorpacken müssen? Aber das ist eigentlich eher Gas. Das ist ja nicht Benzin. Also, ja, Benzin ist ja völlig egal, was von beiden. Wir können aber nochmal was anderes gucken. Wir können nochmal gucken, ob wir in den... In den... In den anderen... Ähm... In den... In den anderen Bereichen nochmal so Kleinigkeiten finden wie... Munition. Ne? Wir wissen ja, wir haben ja hier noch was gehabt. Hatten wir da noch was gehabt eigentlich? Wir könnten ja auch in Prism gucken gehen. Und vielleicht... Vielleicht ist ja das Monster, wenn es jetzt nur eins gibt... Wovon ich... Also, da würde ich mich sehr freuen. Was es nur eins gibt. Ähm... Vielleicht ist es ja jetzt da hinten. Und wir haben hier hinten... Also hier wiederum... Ruhe. Wäre schön. Also, wäre wirklich schön. Ich würde das echt gut feiern. So, ich habe jetzt nur ein Tuch, ne? Genau. Ich bräuchte zwei, um mich zu heilen. So, habe ich hier noch irgendwo was liegen lassen? Das sieht erstmal hier nicht danach aus. Hier haben wir noch eine Notiz liegen lassen. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Okay. Ähm... Clement. Okay, der hat auf jeden Fall noch einen Code da gelassen. Das ist gut zu wissen. Ey, diese Ratten, die gehen mir so auf den Sack, ne? So, hier haben wir noch eine Granate. Hier haben wir noch einen Verband. Den Verband werden wir jetzt erstmal zünden. Die verfolgen mich wirklich, diese kleinen Mistviecher. So, erstmal kurz heilen. Okay, jetzt geht es uns wieder besser, ne? Jawoll. Okay, da hat er, glaube ich, war... Warte mal, war da noch was? Ach, scheiße. Jetzt müssen wir hier rüberspielen. Ey, das tat aber jetzt auch weh von den beiden. Haben wir hier noch was? Auch nix. Hier hatten wir auch nix mehr, ne? Doch, hier hatten wir noch ein Pack. Können wir auch gleich als nächstes wieder zünden. Ja, wunderbar. Weil wir lassen uns ja auch hier andauernd von irgendwelchen Mistviechern erwischen. So, was wir jetzt noch als nächstes machen könnten ist, ich glaube, wir haben ja noch ne Granate. Wir können ja noch den einen Raum aufsprengen. So, wir haben noch ne Granate, oder? Okay, wir haben keine Granate. Ich dachte, wir hatten noch ne Granate in der Tasche. Gut. Dann können wir nicht den Raum aufsprengen. Ich wollte den Raum hier nämlich sprengen. Wobei, hier ist ein X dran. Das heißt, dahinter ist... Warte mal. Können wir den... Kann ich den da mit kaputt kriegen, die Tür? Oh, oh, oh. Okay. Da spring ich schon extra rüber. What the fuck? Oh, ich lege gerade nur auf die Fresse. Ich bin jetzt in der Sackgasse. Das ist gar nicht gut. Ich bin 0,0 safe. Ich bin nicht hier. Geh weg. Okay, 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 okay. Ist der weg? Hallo? Ist er... Also, ist er weg? Oder ist er nicht weg? Halt's Maul! Stülpleise. Keine Ahnung. Das Problem ist, ich blute ja auch wie Socker. Also, das heißt, ich lock' ja die Viecher an. Hey! Guckt euch das mal an, wie viel Blut ich verliere. Aber ich kann mich nicht irgendwie... Ich hab nichts zum... Mh... Alter, das ist doch, das geht doch gar nicht. Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Au! Weil die sind doch jetzt geil auf mich. Ich glaub, wenn ich von denen einmal noch was abkriege, ist es vorbei für mich. Und ich hab nichts, womit ich dagegen agieren könnte. Lasst mich in Ruhe. Mir geht's gar nicht gut. Lasst mich! Lasst mich! Ich muss ganz schnell woanders hin. Ich hab kein... Wo... Kann... Oh Gott! Ganz schnell! Safe Place! Nun, renn doch! Oh! Mach doch! Houo! Bitte! Bitte! Bitte, 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 bitte. Ich bin, glaub ich, zu weit gerannt in der Zeit. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Im Arsenal? Im... Äh, ja, ich bin, zu weit gerannt. Oh, Scheiße! Ich muss hier... Oh Gott, hier! Mach Licht an! Mach Licht an! Haben wir noch Heiler? Oh, wir haben noch einen Stoff jetzt. Sehr gut. Hey, ich bin hier safe, oder? Wieder der magische unsichtbare Verband. Man kennt ihn. Von uns geht es immer noch nicht so gut. Leider. So, wir sollten mal wieder ein bisschen Benzin nachfüllen und wir haben nur noch eine Pulle. Haben wir die Granate ganz selber mit? Gut, gehen wir erstmal kurz Benzin nachfüllen. So, jetzt ist die große Frage. Welche Tür sprengen wir jetzt? Wir gehen jetzt mal zum Spind. Der Junge hat ja auch vollkommen recht. Wir können uns ja auch erstmal kurz den Spind angucken von dem Kameraden, wie auch immer er hieß. Vielleicht hat er noch Heilungsmöglichkeiten drin. Ja, wir haben ja hier noch den H. Clement mit 3154. Wo ist denn der... Karni! Erstmal danke für dein Follow. Äh, herzlich willkommen hier bei uns. Äh, und wir spielen eine Runde Amnesia. Äh, Sabanka. Und, ja, wir kriegen eigentlich nur auf die Fresse. Auf gut Deutsch gesagt. So, wir suchen jetzt hier den Spind von, äh, Karni West. Äh, äh, wie hieß er? Scheiße, jetzt habe ich schon vergessen, wie er hieß. Von Klement, nicht Karni. Karni bist du ja, Entschuldigung, Karni. Äh, äh, Klement. Äh, wo ist denn Klement? Da ist Klement. Okay, hier haben wir Munition, paar Notiz... Da, da liegt die ganzen Zeit ein Notizzettel, den ich nicht gelesen habe? 9. Juli. Ich weiß nicht, wie die Zeit ist, aber die Nacht hat fallen, und trotzdem, natürlich, keine Worte. Als ich den Sergeant gefragt habe, hat er schrugt, als ob ich mich gefragt habe, wann es nächstes regnen könnte. Diese Fuhle, die sich rund um mich lachen, trinken, diskutieren... Wollen sie wissen, was ich getan habe? Wollen sie es verwenden? Ich fühle mich, dass sie alle schuldig sein müssen, und trotzdem... Sie lachen, trinken, diskutieren... Gott weiß, was ich getan habe. Ich wundere mich, ob seine Verpflichtung besser als meine eigene sein könnte. Okay. Hört sich gar nicht so gut an. Aber, äh, ja. So, ähm, jetzt habe ich mir natürlich die Kombination wieder nicht gemerkt. Drei, eins, fünf, vier. Ich werde, ich habe es gleich wieder vergessen. Drei, eins... Fünf... Äh, vier. Okay. Okay, wir haben auf jeden Fall Munition. Wir haben ein Foto. Wollen wir uns das mal angucken. Das ist Lambert und Henri. Ja, okay. Okay, was ist das hier? Wer kennt's nicht? So eine Würfelbox. Für Knüffel. Da sind sogar noch zwei Würfel. Hier, tack. Aber wir brauchen ja mehr als zwei für Knüffel. Hallo? Okay. Okay. Äh, gut. 8 Juli. Nachmittag. Joubert braucht einen Scout für heute Abend. Routine patroler. Nach den Kommunikation und zurück. Es wird blästig. Good cover. Easiest patroler möglich. Sergeant möchte ich oder Augustin gehen. Er ist immer noch so, dass einer von uns mit den Mutern haben. Aber ich werde nicht gehen. Wie kann ich so sicher sein? Well, Augustin hat eine freundliche Game of Chance gegeben, um zu entscheiden, welche von uns es wird. Und, mit einer alten Slecht-of-Hand-Trick, keine Chance werde ich verlieren. Nein. Augustin hat keine Chance, weil ich versichere, dass er nicht. Ich? Ein Scoundrel? Vielleicht. Aber wenn er zurückkommt, und ich erinnere mich an der Zeit, dass er in meine Flaske schmerzt hat, oder die mysteriöse Läse, die in meiner Bunkke kam, oder die Situation mit dem Barmaid. Well, ich lacht in diesen Falle. Und er wird lacht in diesen Falle. 8th Juli, nah am Mittagessen. Schöne wieder, irgendwo an der Linie. Sie zu uns. Ich bin sicher, dass wir sie zu uns wiederholen werden. Ich hoffe, Augustin ist ein einfaches Moment. Out da. Ich kann ihn nicht erwarten, was ich gemacht habe. Aber es ist wirklich eine ganze Geschichte hier. Aber es ist ja wirklich eine ganze Geschichte hier. Aber gerade vor der Nacht, wenn die Schelling stopt, ich wögel. Der Moment immer so ist. Augustin ist... empty. Ich bin nach ihm. Er war nicht in der Messe, auch von Dr. Zerszynski, auch für einen Schraub. Dax war auf dem Patrol. Ich fragte ihn. Er sagte, Augustin hat nicht zurückgebracht, von der Schraub. Er sagte die Worte, wie er die Schraub betrifft von der Schraub. Als ob die Schraub nicht zurückkommen. Als ob die Schraub nicht zurückkommen. Als ob es nicht nur eine Routine-Patrale. Als ob... ... All hope was lost. Now the Schelling is starting again. We'll try to sleep. 9th of July, morning. It has been hours now, and Augustin has not returned. His luck did not hold. And neither has mine. What could I have been thinking? If he is gone forever... But I do not want to write it, for fear writing it will make it real. I will continue to wait in my bunk until dusk. And if there is no sign of him, then... Then... Then I do not know. The priest keeps staring at me, as if he can sense I have some unseen weight on me. I will not give him the satisfaction of a confession. It was nothing. A joke. I thought it was just a joke. I never thought... I never thought... And therein lies my sin. Eieieieieiei. Stellt euch mal vor, dass Steve das alles hätte lesen müssen. Wäre doch cool gewesen. Wenn Stevie hier anfängt zu lesen, das ist doch mal nice. So, okay, also. Oh... Hä? Haben wir das gar nicht vorher... Was habe ich denn alles übersehen? Boucher? Hä? What? Okay, jetzt suchen wir uns den Boucher. Warum übersehe ich die ganzen Sachen? Oder sind die alle jetzt erst gespawnt? Was hat er denn hier? Was ist das denn? Ein Buch? Okay. Also, ich bin... Manchmal bin ich ja wirklich blind. Dave! Nein! Einfach nein, Dave! 8829. Dank dir, äh... Blackboard, ne? 8... 8... 8... 2... 9... Sehr gut, sehr gut. Was ist das? Was ist das? Ach, das ist ein... Mediz... Hä? Was hat... Hä? Elementabler wie... Nun... Oh Gott, okay. Jetzt steht ja gerade da, dass ich wie so eine Art Rucksack aufgenommen habe. So, aber... First... Als allererstes... Erstmal nachladen. Da vorne sehe ich gerade, da liegt noch eine Granate. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. So, zack. Dann eine Granate mitnehmen. Da liegt noch eine Fackel. Wie viel Platz haben wir noch? Ist schon wieder fast voll. Gibt's denn... Benzintechnisch... Könnt knapp werden bald. Das heißt, wir müssen irgendwo hin, wo wir Benzin wiederfinden. Ähm... Wir gehen... Wir gehen jetzt nochmal Richtung Tunnel. Weil wir brauchten eigentlich Heilung. Von der Heilung haben wir ein Problem. Also wir haben so oder so ein Problem. War davon abgesehen. Aber... Vielleicht... Können wir ja mit... Den zwei Schuss... Schuss... Schüsse... Ist egal. Mein Deutsch ist nicht das beste. Ähm... Werden wir jetzt erstmal, äh... Gucken, ob wir das Ding hier aufkriegen. Um in die Tunnel zu kommen, damit wir... Einen Zünder, der da unten liegt, abholen. Also wer kommt auf diese... Diese dämliche Idee, da unten einen Zünder hinzupacken. Okay. Selbstverständlich funktioniert das nicht. Klar. Logisch. Jetzt haben wir natürlich wieder das Viech auf unserer Seite. Scheiße, wir rennen weg. Hast du keine Nagelfeile für die... Nee. Ich würde ja gerne so einen Seitenschneider haben, wie auf dem ein Foto. Ist aber die Frage, wo kriege ich es her? So, wir können ja mal kurz gemeinsam überlegen, Chat. So, erstmal... Erstmal stellen wir uns hier hin. Speichern. So. Also, eigentlich bräuchten wir so einen Seitenschneider. Wir haben so ein Foto gefunden. Hier in Fotos. Hier, ihmchen hier. Es muss ja so was geben. So, vielleicht... Soll mir das Foto ja auch einen Hinweis darauf hingeben. Weil... Obwohl, ist ja jetzt nur markiert, dass da eine Falle ist. Aber wo könnte der sein? Oder bei Obi. Gab noch ein, zwei Türen, die man sprengen konnte. Könnte... Ja, 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 ja. Da... Würde ich auch denken, dass wir hin könnten. Ist halt nur die Frage... Welche? Die Tür hat ein X. Ja, das X steht aber, glaube ich, für eine Sprengfalle, glaube ich. Weil wir sind auch schon mal an eine andere Tür reingegangen. Da war auch so ein X davor und... Das ging nicht gut aus. So, weil hier... Wir können ja mal kurz gucken. Wo könnte sich normalerweise... So ein Ding verstecken? So, wir haben da oben den Ausgang. Da haben wir schon mal... Tieren, Tieren gebaut. Das Problem ist... Dass die ganze Zeit das Benzin halt da läuft, ne? Beinkeller Wartungsbereich. Wir könnten gucken, ob wir ins Maintains kommen. Weil vielleicht gibt's ja im Wartungsbereich sowas. Äh... Jetzt ist die Frage... Wie... Kommen wir zum Maintains... Das ist da, da, da. Okay, komm, wir probieren's. Ja, okay, komm, wir probieren's. Das ist das... Ja, okay, komm. Ich werde mir selbst mal hermität. Ich werde mich selbst in Maintain.